Achtung Wir haben im letzten Jahr aber noch ganz entspannt angefahren. Ja, kommen wir zum M3. Ihr erster ist hier mit der abgebrochenen 165. Mein Wettbewerb ist für eine 273 und beim Buma leider nur für eine 2. Ein Wettbewerb ist für eine 2.0. Ein Wettbewerb ist für eine 2.0. Ein Wettbewerb. Drei. Drei. Das war's für heute. Abgebrochen vorher, warum das denn? 277, kurz vorher, Gas wegnehmen. 287, kurz vorher, Gas wegnehmen. Das ist ein bisschen krass. 312,2 kmh für den Jalle. 312,2 kmh für den Jalle. 212,3 kmh für den Jalle. 212,2 kmh für den Jalle. 312,2 kmh für den Jalle. 312,3 kmh für den Jalle. Uuuuuhhhhhh Pfff 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 Schade, ganz ausgerollt Schade, schade Ausgerollt Ja, auch die Meile waren schon 230 am Harmen mit 10, 6 Geräusche Und Pfff Pff 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 80, 88 und... ...und... ...und... Ja, hier nochmal die Vorderformer nach vorschieben kann... ...und... 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 ...mit den Vorderformer im wahrsten Sinne... ...fasst ein Kleinbus. Aber hier sollten auch gute 220ermars gehen, nur 240 sogar, jawoll! 240... ...238... ... 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